Moin zusammen Freunde, ich habe leider keine guten Nachrichten. Wir sehen das, wir befinden uns hier bei NRW in meinem Bundesland und dann heißt es nämlich hier von comeon.de, danke an den K1830, der hat mir einen Artikel geschickt, Grüße gehen raus. Kostal Automobil Elektrik schließt bis 2024 alle Produktionsstandorte in Deutschland und das bedeutet natürlich logischerweise einen Stellenabbau. Aber der Reihenach, wir gucken hier mal rein, die Firma sitzt in Lüdenscheid, ganz grob gesagt Leverkusen die Ecke hier, also Köln-Bonn der Bereich und oder zwischen Köln und Düsseldorf, so ist es eigentlich richtig gesagt. So, Kostal Gruppe in Lüdenscheid will alle Produktionsstandorte der Kostal Automobil Elektrik in Deutschland bis 2024 auslaufen lassen. So und um wie viele Jobs geht es hier? Hier geht es tatsächlich um nicht paar Stellen, sondern genau das. Ich habe ja im Oli-Investiert-Kanal drüben auch schon mal vor einigen Wochen ein Video gemacht. Wir sehen nicht riesengroße Firmen mit 20.000, hier mal 10.000 Mitarbeiter, da 5.000 Mitarbeiter, die die Läden zumachen, sondern wir sehen immer kleinere Minimalsachen, ohne das runterzureden. Versteht mich nicht falsch bei dieser Wortwahl. 650 und 800 Stellen, davon geht man aus in diesem Bereich und wir sehen ganz, ganz häufig, hier macht man eine Firma mit 20 Mitarbeitern zu Oder hier wird eine Firma mit 80 Mitarbeitern geschlossen, hier mal wieder 100 Mitarbeiter, Primark, nee Primark war es nicht, sondern Orsay zum Beispiel auch und so weiter und so fort. Und dementsprechend bekommt man es nur regional überwiegend mit. Wir sind auf einem regionalen Portal, comeon.de, habe ich im Leben zuvor noch nicht gehört. So und dann geht es hier weiter. In der Verwaltung sollen nach BER-Informationen noch einmal 150 nach unten verlagerte Stellen dazukommen, sodass sich der Stellenabbau im höheren dreistelligen Bereich bewegen dürfte, heißt es nämlich hier. Ja und warum wird das Ganze gemacht? Die Geschäftsleitung versucht hier natürlich mit einer Restrukturierung des Familienunternehmens, ist das ja, wirklich zu retten. Und die Produktion an den deutschen Standorten Lüdenscheid, Meinerzagen und Halver soll dem noch bis Ende 2024 hier auslaufen, heißt es in der Mitteilung der Geschäftsleitung. Nur so könne Schaden von der gesamten Kostahlgruppe abgewendet und der Fortbestand als unabhängiges Familienunternehmen gewährleistet werden. Also eine ganz, ganz heftige Nummer und traurig, wirklich immer wieder ganz enttäuschend, aber das, was in den letzten Monaten hier passiert und überhaupt auch in den letzten Jahren. Man darf es gar nicht so permanent auf die letzten Monate schieben, sondern man muss es wirklich auch im Großen und Ganzen sehen, weil ich habe ja auch schon vor über zwei Jahren kritische Videos über die wirtschaftliche Situation in Deutschland gemacht. Und das sind jetzt die Früchte, die geerntet werden einfach nur. Ja und das grundlegende Problem ist natürlich das, was ich auch immer wieder anspreche, das sind die Produktionskosten. Die Produktionskosten hier in den deutschen Werken sind einfach nicht mehr als nachhaltig profitables Geschäft zu bezeichnen, wie es jetzt hier heißt. Und das ist nur nachvollziehbar. Überlegt euch doch mal, was man hier für Ausgaben hat, was für Regularien bestehen, wie hoch die Steuern sind etc. pp. Das ist nicht mehr umsetzbar für viele Firmen und das ist genau die Folge einfach daraus, dass man dann sagt, Schlussstrich, wir müssen das den Unternehmen generell erstmal retten und dann können wir darüber nachdenken, wo wir anders produzieren, günstiger produzieren. Und ist das nicht traurig, dass der ehemalig so tolle Produktionsstandort Deutschland wirklich komplett abgewrackt wird oder wie will man es nennen? Schreibt auch meine unten rein. Bis zum nächsten und ciao.